Ja, hinten am Abend knapp eine 2-2-2 gegen DHC Fischb. Wie hat ihr den Match erlaubt? Ja, äh, recht defense first, habe ich das Gefühl gehabt. Beide Teams haben nicht viel zugelassen. Äh, wir konnten noch in die Führung gehen. Ich hatte das Gefühl, dass wir recht gut hinten gespielt haben und ihnen so wenig gegeben haben und eigentlich so gewonnen haben. Ich habe einen Trainer vorher davon gesprochen, dass man jetzt um Rang 4 spielt. Er sagt, Rang 4 ist nicht das Thema, wir wollen nicht Play-Offs kommen. Aber ich sehe nicht mehr so an mit der Mannschaft im Hinterkopf. Ist der Rang 4, ist der Röchring zusammen oder nicht? Ja gut, eben. Ich bin jetzt ein Spiel da und ich gehe jetzt zurück auf Bern, von dem her. Aber, äh, ich glaube schon, wenn sie so spielen, äh... Ich meine, ich sage nie, nie. Aber ich glaube, wenn sie so spielen, kann es jeder durchgehen, jeder Gegner schlagen. Und das muss sicher das Ziel sein, auf dem Spiel aufzubauen. Ihr hättet es gerade gesagt, es ist nur für dieses Spiel da. Wie erleben ihr ganz allgemein die Mannschaft, die Stimmung in der Mannschaft zum Beispiel? Ja, sehr gut, sehr kollegial, sehr solidarisch. Ich glaube, es ist auch das, was es braucht. Äh, es hat andere Teams, die sich budgetmässig, äh, mehr Qualität ins Team holen können. Darum brauchen genau die Teams, äh, die brauchen, äh, extrem viel Solidarität, wo jeder füreinander geht, wo sich jeder füreinander freut. Und das ist definitiv der Fall. Und das ist cool. Ja. 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 Ja.